Es läuft noch hier immer lang und passen auch auf die Gräber auf und machen sie sauber. Was ist denn am Bild, oder? Ja, jetzt. Wenn ihr irgendwo hinten Wasser sieht, dann schlappt es. Wasser? Ganz wenig. Hast du es gefunden? Vielleicht auch ein Getisch. Ja, das ist so schön. Das ist so schön.